Ein kleines Add-on zu unserem netten Workshop, nämlich Konfiguration von OBS. Wenn ihr OBS das erste Mal startet, sieht das wahrscheinlich nicht ganz so aus wie bei mir. Bei euch dürften ein paar wesentliche Unterschiede da sein. Zum Beispiel solltet ihr eigentlich hier in diesem Hauptbereich einen schwarzen Bildschirm haben. Das liegt daran, dass OBS als erstes von euch wissen will, welche Quellen ihr gerne aufnehmen möchtet. Als Quellen sind in dem Falle Video-Quellen gemeint. Das heißt, welches Bild soll er eigentlich aufnehmen, wenn ihr auf Aufnehmen klickt. Bei OBS Studio heißt das Bildschirmaufnahme, wenn ihr den kompletten Bildschirm mitfilmen möchtet. Dazu müsst ihr den hier in diesem Bereich Quellen hinzufügen. Ich habe hier schon einen. Das Groß habe ich selber da reingeschrieben. Das hat nichts mit OBS selbst zu tun. Das kann man frei benennen. Wenn ihr also euren Bildschirm abfilmen möchtet, dann müsst ihr hier immer etwas Plus klicken, was so viel heißt wie hinzufügen. Und findet da den Begriff Bildschirmaufnahme. Wenn ihr den jetzt hinzufügt, dann müsstet ihr eigentlich ungefähr das sehen, was ich jetzt sehe. Das heißt, euren Bildschirm. Gut, das ist Schritt 1. Wenn ihr jetzt auf Aufnehmen klicken würdet mit den Default Settings, dann würdet ihr schon irgendwas aufnehmen. Ihr würdet auch euren Desktop sehen und so weiter und so fort. Als nächstes müsst ihr OBS beibringen, welches Audiosignal ihr eigentlich aufnehmen müsst. Standardmäßig gibt es immer zwei. Weil es gibt immer Desktop-Audio. Das ist das, was ihr quasi abspielt. Falls ihr zum Beispiel einen Film laufen lasst, wird der natürlich auch noch als Audio mitgeschnitten. Und ihr braucht so ein Mikrofonsignal. Üblicherweise werden wir ja was kommentieren wollen. In diesem Bereich hier geht es um das Mikrofonsignal. Und hier müsst ihr ihm erstmal sagen, welches Mikrofon er benutzen soll. Wenn ihr jetzt an einem Notebook sitzt beispielsweise oder auch an einem normalen Rechner, habt ihr zumindest einen Mikrofoneingang an der Standard-Soundkarte. Das kann ja sein, dass ihr den benutzen wollt. Oder ihr habt ein integriertes Mikrofon am Notebook. Kann ja sein, dass ihr das benutzen wollt. Und das müsst ihr OBS jetzt erstmal beibringen. Dazu klickt ihr einmal auf das Zahnrad. Geht hier in die Eigenschaften. Und seht dann, dass ihr hier eins auswählen könnt. In meinem Fall ist das dieses Samsung Go Mic. Das ist mein USB-Mikro, was hier vor mir steht. Ich könnte auch die Internal-Microfons nehmen. Das sind die, die im Notebook drin sind. Die klingen gruselig. Das mache ich nicht. Standard übernimmt automatisch den Mikrofoneingang, den ihr in Windows festgelegt habt. Also in meinem Fall bleibt es hier bei Samsung. In eurem Falle könnt ihr das einstellen, was ihr da eben angeschlossen habt. So. Das war Schritt 2. Wenn ihr jetzt sprecht, so wie ich das gerade tue, seht ihr hier unten eine Pegelanzeige. Diese Pegelanzeige sollte so da liegen, wo sie jetzt bei mir auch liegt. Das heißt, er darf hier gerne mal ins Rote schießen. Er sollte nicht ganz rechts raus schießen. Das heißt, dann blinkt diese ganze Leiste rot. Ich kann das eben einmal viel zu laut machen. Das ist so ein Effekt, den wollen wir nicht haben. Man merkt, das kriegt man hin, indem man sehr nah am Mikro ist oder ins Mikro reinpustet oder so. Dann übersteuert der AD-Wandler und wir kriegen Verzerrungen. Wir sollten weiterhin vermeiden, dass wir hier irgendwo im Bereich von stark grün liegen, also sehr weit links. Denn dann wird das Video einfach extrem leise. Ich kann das mal kurz simulieren, indem ich hier einfach das Mikro leiser mache. Hier ist quasi so eine Art Fader dafür. Und man merkt sicherlich, ich werde immer leiser, immer leiser, immer leiser, immer leiser. Und hier wird es jetzt schon sehr schwörend. Das heißt, man kann hier eigentlich, man müsste schon sehr weit aufdrehen, damit man überhaupt was hört. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Deswegen die ganze Sache wieder laut. Und wenn wir ab und zu mal so in den leicht roten Bereich schießen, ist das eigentlich optimal. Die Feinheiten der Audio-Einstellungen, die mache ich nochmal in einem anderen Video separat, denn da kann OBS auch ganz tolle Echtzeitsachen, die zeige ich aber in einem anderen Video nochmal zusätzlich. Das war der Schritt Audio. Also wir müssten jetzt erstmal ein Mikrofonsignal haben, mit dem wir erstmal arbeiten können, Feinheiten später. Was muss OBS noch von uns wissen? OBS muss noch von uns wissen, wohin wir überhaupt das Video schreiben wollen, was wir aufnehmen. Dazu gehen wir in die Einstellungen. Das sieht bei euch wahrscheinlich ähnlich aus wie bei mir. Und gehen in den Bereich Ausgabe. Wenn wir auf die Ausgabe gehen, dann gibt es hier verschiedene Modi. Einmal gibt es hier den Ausgabemodus in erweiterter Form und in einfacher Form. Ich kann ihn gerade nicht ändern, weil ich gerade gleichzeitig ein Video aufzeichne. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr wechseln. Bei euch sollte das nicht ausgegraut sein. Daher die Bitte, wechselt einmal in den erweiterten Modus. Bei euch sollte standardmäßig einfach stehen. Dann müsstet ihr dieses Bild ungefähr sehen. Es gibt hier eine Rubrik, die heißt Streaming. Die gucken wir uns nicht näher an. Da geht es darum, direkt auf Plattformen die Videos automatisiert hochzuladen. Das ging mit YouTube beispielsweise oder Twitch oder ähnliche Geschichten. Das muss uns, glaube ich, eher nicht interessieren, weil wir die Sachen wahrscheinlich wirklich aufzeichnen wollen als Datei auf unserem Rechner. Dementsprechend ist bei uns der Reiter Aufnahme bzw. Aufnehmen Waffe der Wahl. Da klicken wir einmal drauf und finden diese Darstellung. So, und jetzt müssen wir einen Haufen Zeug einstellen. Nämlich zum ersten Mal, auf welchen Pfad soll er überhaupt schreiben? Also in welchen Ordner? Ich habe immer so einen Testvideo-Ordner. Das ist immer der, wo ich irgendwas reinwerfe und das dann gegebenenfalls irgendwann wieder verwerfe oder weiter nutze. Hier müsst ihr euren Pfad eintragen, welcher auch immer es denn ist. Des Weiteren geht es um ein Aufnahmeformat. Ich nehme gerade einen MP4 auf. Bei mir ist das alles, wie gesagt, deshalb ausgegraut, weil ich gerade mitten in einer Aufnahme bin. Das kann ich natürlich nicht in der laufenden Aufnahme ändern. Deswegen ist bei mir alles grau. MP4 eignet sich dann sehr gut, wenn man das hinterher in Windows Movie Maker, was ja dieses 0815 ganz einfache Schnittprogramm ist, weiterverarbeiten will. Denn das kann keine FLVs verarbeiten. MP4 hat allerdings den Nachteil, wenn euch die Aufnahme abbricht, dass dann das gesamte Video zerschreddert ist. Das heißt, es ist nicht mehr lesbar. Dieses MP4-Format muss abgeschlossen werden und das ist kein Streaming-Format. Also es ist keins, was am laufenden Bande Audio aufzeichnen kann und das quasi immer verfügbar hält. Sondern es muss quasi abgeschlossen werden, wie das damals auch war, wenn man Audio-CDs gebrannt hat. Wenn ihr also das Problem habt, dass euch das Programm gelegentlich mal abstürzt aus unerfindlichen Gründen, was ihr auch nicht korrigiert kriegt, dann würde ich das nicht tun, weil sonst sind immer die ganzen Videos kaputt. FLV würde dann einfach das Video abbrechen und bis zu der Stelle, wo das Programm abgestürzt ist, wäre es durchaus lesbar. Aber die anderen Video-Formate finde ich persönlich jetzt nicht so interessant. MOV kann man auch verwenden. Das können auch relativ viele Programme verstehen. In meinem Fall eben MP4. Ihr könnt auch FLV nehmen. Der Codierer ist quasi die Einheit, die anfängt, dieses Video zu codieren. Also quasi zu schreiben. Das geht als X264. Das ist der Codierer, der auf der CPU läuft. Man kann auch dieses ganze Zeugs auf die Grafikkarte auslagern. Das steht dann dabei. Das kann ich jede Grafikkarte standardmäßig. Meine jetzt hier zum Beispiel nicht. Aber man könnte die CPU entlasten, indem man sagt, okay, das Video-Encoding verschiebe ich auf die Grafikkarte. Wie gut oder schlecht das bei euch funktioniert, müsstet ihr mit eurer Hardware mal testen. Da kann ich keine allgemeinen Aussagen zutreffen. Die Ausgabe umskalieren macht in unserem Bereich wenig Sinn. Das könnte man zum Beispiel machen, indem man seinen Desktop aufnimmt. Der Desktop hat eine gewisse Größe, also eine gewisse Auflösung. Und man würde jetzt hinterher die Auflösung künstlich runterfahren. In unserem Fall ist das, glaube ich, nicht so relevant. Deswegen lasse ich es auch erstmal raus. Wichtig sind hier unten noch die Qualitätseinstellungen der Videos. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, in CBR aufzunehmen. Das ist eine Constant Bit Rate. Vielleicht kennt man das von MP3s, dass es möglich ist, diese Audio- und Video-Formate in variablen Bitraten aufzunehmen. Dabei fängt er an, die Bitrate, also ich sage mal, das Datenaufkommen, je nach Material, was man aufnimmt, anzupassen. Und macht dann eine etwas intelligentere Quellen-Codierung und Datenreduktion. Ich persönlich habe das immer aus. Das hat aber eher so esoterische Gründe. Also ich kann nicht sagen, dass es schlechter wäre, das mit VBR, also variabler Bitrate, aufzunehmen. Ich mache mal Constant Bitrate und habe ungefähr eine Bitrate von 3500. Diese Bitrate produziert angemessen kleine Videos, wie ich finde, sonst wird das Datenaufkommen zu hoch, bei einer angemessenen Qualität. Also hier bin ich in der Lage, durchaus live zu programmieren. Und das ist für den Zuschauer durchaus gut erkennbar. Wenn man hier die Bitrate zu klein wählt, also ich sage jetzt mal 1000 oder sowas, dann kann es passieren, dass das Bild extrem verschwommen aussieht, Kanten doppelt auftreten. Das sind so Alias-Effekte, die man vielleicht auch aus schlecht codierten JPEGs kennt. Und das macht das Lesen von Text gegebenenfalls schwierig. Man kann die durchaus runterfahren, wenn man handschriftlich aufzeichnen möchte. Ich persönlich nehme 3500, fahre damit ganz gut. Wem das zu schlecht ist, der kann sie hochfahren. Wem das zu groß ist, der kann sie mal versuchen runterzufahren. Die Prozessorauslastung ist ein Parameter, der irgendwie nicht sauber dokumentiert ist. Ich konnte bisher nicht wirklich herausfinden, was das genau im Einzelnen ist. Ich konnte lediglich herausfinden, was empfohlen wird als Einstellung. Ich persönlich finde das zwar unbefriedigend, aber an unserer Stelle soll es auch ausreichen. Die Einstellung Superfast scheint mit nahezu jeder Hardware problemfrei zu funktionieren. Angeblich ist es so, wenn ich hier etwas Höheres einstelle, sinkt die CPU-Auslastung. Aber im Detail kann ich gar nicht sagen, was dieser Parameter macht. Wenn ich ihn auf Superfast laufen habe, funktioniert bei mir das Aufnehmen wunderbar und ich habe keinerlei Probleme. Gut, das wären die wesentlichen Einstellungen, die ich machen muss. Und ab dann kann ich im Grunde genommen aufnehmen. In den nächsten Videos kommen jetzt nochmal so ein paar kleine Feinheiten. Aber das sind so die Grundeinstellungen. Klicke ich jetzt auf OK und klicke hier auf Aufnahme starten bzw. Aufnahme stoppen, produziere ich meine Videos. Klicke ich jetzt auf und klicke hier auf und klicke hier auf und klicke hier auf.